Hallo Vicky, das ist das CrayX von German Bionic. Es ist ein aktives motorgetriebenes Exoskelett, bei dem die Motoren zwischen Hüfte und Brust wirksam sind. Mit diesem Video bündel ich erste Erfahrungen. Das mache ich für das Projekt Expertise 4.0. In diesem Experimentierraum wollen wir der Pflege den Rücken stärken und fragen uns, unter welchen Voraussetzungen exoskelettenden Beitrag dazu leisten können, die Rückenbelastung in der Pflege zu reduzieren. Vor dem Anziehen schiebe ich den Akku so in die Aufnahme, dass er hörbar einrastet. Die Taste zum Entrasten muss ich nur bei der Entnahme des Akkus. Um die Länge der Schulterstange einzustellen, löse ich mit dem runden Knopf die Arretierung der Stange. Die Schulterbänder stelle ich beim ersten Anziehen auf halbe Länge. Auf maximaler Länge stört mich der zusätzliche Freiraum, weil sich dann der Brustgurt beim Anziehen verdrehen kann. Den Ratschenverschluss verheite ich, indem ich den kleinen schwarzen Knopf drücke und stelle sicher, dass die Bänder eingerastet sind. Die Bänder am Hüftgurt verheite ich bis zur größtmöglichen Länge und schaue dabei, dass ich die Gurtenden noch gut greifen kann. Dazu kippe ich die Spannschnalle nach hinten, so kann der Gurt ungebremst reingezogen werden. Die Beinanbindungen sind zur Lagerung nach oben geklappt. Die fahre ich jetzt nach unten und da nehme ich die Gestänge in die Hand und drücke den ausgeschalteten Motor nach unten. Wichtig ist, dass der Motor hier nicht eingeschaltet wird. Das würde dann zwar leichter gehen, aber dabei kann der Motor kaputt gehen. Das Grey X ziehe ich an wie ein Rucksack. Wenn ich es nicht von einem Stuhl oder von einem Tisch aufnehme, setze ich es kurzfristig auf meinem Oberschenkel ab. Ich schließe die Steckschnallen am Brustgurt. Hier hat sich für mich bewährt, die Bänder kurz einzustellen, weil ich dann die Steckschnallen ohne Umgreifen schließen kann. Ich beuge mich nach vorn und schiebe das Grey X so weit nach oben, dass die Motoren auf Höhe des Drehpunkts der Hüfte liegen. So hat das Grey X den höchsten Wirkungsgrad. Jetzt ziehe ich die Steckschnalle am Hüftgurt an und ziehe die Bänder so straff, dass das Gewicht vom Grey X auf meiner Hüfte liegt. Die losen Enden falte ich und schiebe sie in die Taschen am Hüftgurt. Den Brustgurt positioniere ich so, dass sein unteres Ende auf dem unteren Rippenbogen aufliegt, nicht aber in den Weichteilen am Bauch drückt. Die Ratschen von allen am unteren Brustgurt ziehe ich so eng an, dass es mich gegen die Rückenstruktur drückt. Ich achte darauf, dass ich einen festen Sitz habe, aber auch, dass ich uneingeschränkt atmen kann. Das Grey X schalte ich mit einem kurzen Druck auf den grünen Knopf ein. Dabei achte ich darauf, mich nicht zu bewegen, weil ich sonst die Motoren bei der Kalibrierung stören würde. Das dauert etwa zwei Sekunden. Die Motoren sind jetzt im Leerlauf und so kann ich die Beinanbindung leichter anlegen. Die Ratsche habe ich dann vollständig geschlossen, wenn sie arretiert ist. Die Beinanbindung stelle ich so eng, dass ich ohne Mühe meine Hand zwischen Wurt und Oberschenkel führen kann. Wenn die Beinanbindung zu eng eingestellt ist, kann es also so führen, dass ich meine Muskulatur am Oberschenkel nicht mehr vollständig anspannen kann. Um das auszuschließen, prüfe ich mich, ob ich mich vorher bewegen kann. Auf dem Display steht, dass ich das Grey anlegen soll. Das bestätige ich jetzt durch den Druckdrehknopf. Ich stehe mich aufrecht hin, schaue gerade aus und drücke zum Kalibrieren den Druckdrehknopf nochmal. Das Grey X ist jetzt betriebsbereit und startet ohne Unterstützung. Die ist also bei 0%. Die Empfindlichkeit und die Reaktion sind auf mittlerer Stufe. Das ist jeweils das Level 5 von insgesamt 10 Stufen und die Gegenkraft ist bei 0 von 10 Stufen. Ohne Unterstützung ist das Grey X im Leerlauf. Dazu könnte ich auch die grüne Taste einmal kurz drücken. Was passiert auf dem Display? Ich starte das Grey X nochmal neu. Ich bestätige das Anlegen. Ich kalibriere. Nach dem Starten kann ich mit dem Drehrad die Unterstützung in 10%-Schritten zwischen 0 und 100 einstellen. Es gibt also 10 Stufen. Eingestellt ist immer genau das, was angezeigt wird. Ich muss hier nichts drücken und bestätigen. Wenn ich den Druckdrehknopf drücke, wähle ich den Faktor, den ich einstelle. Die Empfindlichkeit regelt, wie sensibel das Grey X auf Winkelveränderungen im Rücken reagiert. Auf Level 10 führt die Empfindlichkeit zu unerwünschtem Aufrichten, wenn ich meine Schultern und damit den Rücken bewege. Wenn ich die Empfindlichkeit auf 0 setze, habe ich diese unerwünschten Effekte nicht. Ich muss mich aber weiter aufrichten, damit das Grey X anspricht. Mit der Reaktion stelle ich ein, wie rasch die Kraft im Existenz anflutet. Das Level 10 kann als ruckartig empfunden werden. Level 0 kann als träge empfunden werden. Ich persönlich mag hier Level 10 ganz gern. Mit der Gegenkraft stelle ich ein, wie weit ich mich nach vorn bücken kann. Das kann sinnvoll sein, wenn ich mich lange nach vorn bücken muss, um irgendwas zu halten. Ich kann mich dann sozusagen über das Grey X auf meinen Oberschenkeln abstritzen. Die Gegenkraft lässt sich im statischen Modus am besten demonstrieren. Hierzu drücke ich für 3 Sekunden auf den Drehknopf. Jetzt kann ich nur noch die Gegenkraft einstellen. Wenn ich die Unterstützung von 100 auf 0 reduziere, sinkt mein Körper immer weiter nach vorn, wenn ich mich in das Grey X reinlehne. Im Gegensatz dazu erhöhe ich die Gegenkraft von 0 auf 100, dann bewegt mich das Grey X nach oben. Sobald ich den Notausknopf drücke, fällt sowohl die Unterstützung als auch der Leerlauf der Motoren weg. So mit dem Grey X zu laufen fühlt sich an, als würde ich durch Wasser warten und ich muss Kraft aufbringen, um mich aufzurichten oder um mich zu bücken. Den Notausknopf löse ich durch ein Drehen und drücke nochmal den grünen Ein-Ausknopf. Abschließend kalibriere ich mit dem Drück-Drehknopf das Grey X erneut und bin wieder im letzten Betriebsmodus. Die Unterstützung ist bei 0, aber die anderen Einstellungen bleiben erhalten. Wenn ich bei aktiver Unterstützung den Ein-Ausknopf drücke, schalte ich in den Leerlaufmodus. Die Unterstützung ist dann deaktiviert. Zum Ausziehen des Grey X drücke ich lange auf den grünen Knopf. Das Grey X gibt dann die Meldung, dass es ausgeschaltet wird. Zum Öffnen der Beinanbindung löse ich die Ratschenschnalle aus der Arretierung. Da muss ich kurz gegen den Widerstand ziehen. Dann drücke ich den Hebel in die Offenstellung und ziehe die Ratsche vom Ratschenband. Dann öffne ich die Steckschnallen am Brustgurt und lege das Grey X wie in einem Rucksack ab. Um das Grey X zu ragern bewege ich das Gestänge der Beinanbindung nach oben. Dazu ist der Motor ausgeschaltet. Um das nächste Anziehen zu erleichtern, weite ich die Ratschenbänder an der Brustanbindung und stelle sicher, dass sie auch eingerastet sind. Die Bänder an der Schulteranbindung lasse ich auf meiner Einstellung oder wenn andere Nutzer das Exoskelett nutzen, stelle ich sie so ein wie es abgesprochen ist. Die Stangen an der Schulter führte ich zum Lagern oder stelle sie entsprechende Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen ein. Den Akku nehme ich beim Betrieb aus dem Exoskelett und stecke ihn gegebenenfalls ins Ladegerät. Wie immer gilt, Vicky weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.